Die Schlacht bei Tarklia Corzo vom 23. August 1268 beendete den Versuch Konrathens das Königreich Sizilien von Karl von Anjou für die Staufer zurückzugewinnen. Vorgeschichte Nachdem Karl von Anjou vom Papst mit dem Königreich Sizilien belehnt worden war und dessen staufischen König Manfred den Onkel Konrathens 1266 in der Schlacht bei Benevent besiegt und getötet hatte, war Konrathen im August 1267 in Deutschland aufgebrochen, um sein Erbe zurückzugewinnen. Während ihm die deutschen Fürsten keine nennenswerte Unterstützung gaben, begleiteten ihn einige Angehörige des niederen Adels und der aus seiner Heimat vertriebene Maggraf Friedrich I. von Baden-Österreich. Unterstützt wurde er dabei von den gebelinischen Städten Mittelitaliens unter der Führung von Pisa und von Revolten, die im Königreich Sizilien gegen die harte Herrschaft Karls von Anjou ausgebrochen waren. Verlauf der Schlacht Am 18. August 1268 verließ Konrathen mit seinem etwa 4000 bis 4500 Mann umfassenden Heer das aus deutschen Rittern italienischen Gebelinen. Dieser zog Konrathens Heer mit einem vielleicht 3000 bis 3500 Reiter umfassenden Aufgebot entgegen und versuchte, das staufische Aufgebot bei Taglia Cozzo zur Schlacht zu stellen. Dieser Versuch misslang jedoch, weil die staufischen Truppen bei Casuli nach Norden auswichen und über Pietra Seca und Leon Frini über die Berge der Abruzzen in das Tal des Salto, zogen. Fluss aufwärts gelangte das Heer nach Maliano am Rand der palentinischen Ebene. Dort zwischen den Orten Maliano und Albe auf der palentinischen Ebene und folglich nicht bei Taglia Cozzo fand am 23. August die Entscheidungsschlacht zwischen Konrathen, seinen Herführern und Karl von Anjou statt. Der Nachteil Karls durch die zahlenmäßige Unterlegenheit wurde durch taktische Überlegenheit, eine erfolgreich angewandte Kriegslist und die Einheitlichkeit des Oberbefehls aufgewogen. Im Kern bestand sein Heer aus französischen Rittern unter Era de Valéry, die teilweise an den Kreuzzügen teilgenommen hatten und dort arabische Taktiken wie die Scheinflucht gelernt hatten. Beide Heere waren in drei Gefechtsreihen aufgestellt. Konrathen befand sich mit Friedrich von Baden-Österreich aufgrund seiner Jugend und Unerfahrenheit in der dritten Reihe. Den tatsächlichen Oberbefehl führten Heinrich von Kastilien und Konrathens Marschall Konrad Kropf von Flüglingern. Karl behielt eine Reserve von etwa 1000 französischen Rittern unter seiner Führung hinter Hügeln verborgen. Die ersten beiden Reihen Karls wurden von den staufischen Truppen unter schweren Verlusten in die Flucht geschlagen und verfolgt. Karl nutzte die Gelegenheit mit seiner Reserve überraschend die dritte Gefechtsreihe mit Konrathen anzugreifen. Zwar griffen von der Verfolgung zurückkehrende Reiter der ersten beiden staufischen Reihen in den Kampf ein, ließen sich aber durch eine Scheinflucht von Teilen der Franzosen täuschen und wehglocken. Nach einem erbitterten und sehr verlustreichen Kampf, der insgesamt etwa 4000 Gefallene forderte, behielt Karl des Feld. Gefangene des staufischen Heeres ließe noch auf dem Schlachtfeld hinrichten. Konrathen konnte zwar zunächst fliehen, wurde aber von Giovanni Frangipani gefangen genommen, an Karl ausgeliefert und am 29. Oktober in Niapel hingerichtet. Folgen und Bedeutung Mit der Niederlage von Taglia Corzo und der anschließenden Hinrichtung Konrathens und seiner Gefolgsleute in Niapel trat die Dynastie der Staufer, endgültig aus der Geschichte Deutschlands und Italiens ab. Sie bedeutete gleichzeitig den Ruin der Gebelinischen Partei und etablierte für einige Jahre die Vorherrschaft der Franzosen in Italien. Karl von Anjo brach nach der Schlacht den letzten Widerstand gegen seine Herrschaft mit äußerster Härte und ließ Rebellen und Gefolgsleute Konrathens gnadenlos jagen und hinrichten. Den dauerhaften Besitz Siziliens konnte er sich jedoch trotzdem nicht sichern. Da es 1282 zu einem erfolgreichen Volksaufstand gegen die französischen Fremdherrscher kam, der Sizilianischen Vesper. In deren Folge konnte der Staufererbe Peter III. von Aragon dieses Königreich für sich gewinnen, während Karl lediglich das Königreich Niapel blieb. von Aragon des W с dr Werk�� von Aragon des Wipers von Aılan 122 von Aragon des Wraithes von Aragon des W 토�ormes von Aragon des W сю missile